Hallo, herzlich willkommen bei Bruder geht reisen. Heute bin ich wieder in Paris unterwegs und da gehe ich jetzt einen Lego Laden und nehme euch dabei mit. Viel Spass dabei! Von draussen kann man coole Schaufenster sehen. Einen Pirat mit Papagei haben sie auch. Hier kann man selber Lego-Figuren zusammenstellen. Hier gibt es einen Fotoautomaten, der dein Bild auf Lego Druck. Hier haben wir die alten Nintendo-Spielkonsole mit Mario. Hier haben wir den Batman-Tumbler, Thor's Hammer, verschiedene kleine Bausätze, das Real Madrid-Fussballstadion, die Titanic, Star Wars ist auch dabei, der Arc de Triomphe, die Notre Dame Kirche, Elvis Presley, verschiedene Lego-Sets zum Kaufen, Architektur-Abteilung, verschiedene Autos, das BMW-Motorrad, die Spice Girls sind auch da. Cooles Farbenspiel aus Lego. Hier haben wir verschiedene Figuren aus Lego. Hier haben wir den Millennium Falcon aus Star Wars und sonst noch Figuren von Star Wars. Ein Roboter. Dann sind wir in der Harry-Potter-Ecke angekommen. Hier haben wir verschiedene Röhren, wo man verschiedene Lego-Teile zusammen kaufen kann. Hier sieht man noch einen Schlangen-Drachen oder was auch immer das sein kann. Somit sind wir am Ende des Rundgangs durch den Lego-Store angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf meine sozialen Medien abonniert, besucht meine Webseite. Bis bald bei Bruder Kate Reisen. Tschö!